Gleich bin ich tot, ja. Nein, Mann! Oh, jetzt kommt wieder der Scheiß mit dem Wendesetzen hier. Das geht schon wieder gut los. Ja, es hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Wieso bist du jetzt schon wieder verriegt? Achso. Entschuldigung, nicht vergessen. So, dann wollen wir hier mal ein Z-Pin-Code. Und der ist überraschend, überraschend, überraschend. Also der ist nicht 555, ja. Ich tippe den am Nummernblock ein, das seht ihr nicht. Nicht, dass dann irgend so ein Kaspar meint. Der hat sein Ding da angegeben. Jetzt bin ich genau auf dem exakten Spot, wo ich vorhin auch schon re-spot bin. Das passt. Hey, ihr habt doch so viele Zäune gelernt. Wieso kann ich denn den ganzen Scheiß nicht bauen? Kann man das nur am Ding lernen? Äh, am, am, no, 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 no. Wollen wir mal sagen, wo? Ich weiß nicht wo. Crafting. Auch hier ist ein Raptor gestorben. Oh Mann, den in Level 16. Oh, den hätten wir hier sowas von geil zeigen können. Wir brauchen, glaube ich, mal ein Crafting-Table, Dani. Wood. Ich habe hier nur ein Stairs. Ich habe doch so besonderen Zaun gelernt. Den hätte ich jetzt gerne mal benutzt. Da, better wurden Fans. Ich bin für Maschendrahtzeiten in Sliding. Oder soll ich einfach den ganzen Mal im Zaun hinbauen? Ja, du bist mir eine unglaubliche Hilfe gerade. Ich weiß. Nehmen wir halt. Ich würde die ganzen neuen Sachen ehrlich gesagt gar nicht kräften. Gleich kräften oder gar nicht kräften? Ja, ich sage mal, die runden Sachen und die Stairs und sowas bringt es schon. Aber das meiste macht eigentlich keinen Sinn zu lernen. Ja, aber so einen vernünftigen Zaun wäre schon schön. Übrigens so als Tipp, die NC-Sachen, also überall wo NC dahinter steht, die haben keinen Kollisions-Warner. Also die kannst du einfach überall hinbauen. Auch wenn ein Stein dazwischen ist oder so. Jetzt, was ich meine. Weiß nicht, was du meinst. Habe ich zwar noch keins von gesehen, aber ich weiß, was du meinst. Ich schlachte mich mal. Tu das. Schau erst, wie schön du da liegst, wie sexy. Metal. Gibt es Bänke? Gibt es Bänke oder eine Stühle? Oder ein Bench. Oh, die lerne ich doch mal. Was? Was braucht man für einen Tisch? Metall. Fiber. Ich brauche Fiber. Ich brauche Fiber für den Bogen. Du hast ja auch einen Bogen kräften. Ja, mach mal. Dieses Zauberwort? Bitte. Ja. Ich gucke sogar mit einem Schmolmund in die Kamera. Was das schmatzen sollte, weiß ich auch nicht. Was? Ich habe gar nicht gehört, was geleckt. Ich lege nie. Du hast nicht am Mikrofon geleckt oder an der Kamera geleckt. Oh, ich bin schon bei 400 Gewicht. Mann, bin ich fett. Ja, ich trainiere halt so viele Beine. Deswegen habe ich nicht so viel Weight. Na sicher. Ich skill auch immer Food und Water gern, aber ich meine, wenn du es eh nicht abnimmst, ist es Quatsch. Ich behalte zu wenigstens. Komm mal her. Was denn? Okay, we're gonna drop your bow. Ach ja, wir sind schon wieder so zwei musikalische Glanzleistung ist das hier. Jeder kennt das Sprichwort, wer A sagt, muss auch Ramsamsamsagen. Nein, ich kenne das nicht. Sit on one bench. Oh, Dani, setz dich zu mir. Ja, willst du mir ein altes Ehepaar? Hör mir auf. Über Stock und Stall. Unsere halben Hütte. Das sieht klasse aus. Über Elena. Über die rutsch ich drüber. Oh ja. Geil. Kannst du dich dazu setzen? Ja, da können sich drei Leute draus setzen. Das ist sowas von Thumbnail, Alter. Das ist sowas von Thumbnail. Das ist richtig. Jetzt ist aber dieser blöde Walther hinten im Weg. Warte, warte, warte. Warte, ich muss mir erst noch den Hut. Ja, genau. Oh, den Cowboys. Ja, haunee. Das ist so cool vor dem halben Haus. Also ich finde die Idee cool hier mit dem Bench. Also ich würde, wie steht man denn auf? Ach, mit E. Ich würde hier auf die andere Seite einen Tisch bauen mit Stühlen. Ja, wieso nicht? Aber dann gibt es doch keinen Sinn, oder? Links eine Bank, rechts eine Bank. Warum? Links eine Bank und rechts ein Tisch zum Frühstück. Was gäbe es denn noch als Alternative? Ich weiß nicht, ich habe schon vier Stühle gemacht. Ah, geil. Herrlich. Ein Käfig oder sowas. Das ist ein Käfig. Ja, klar. Was ist denn schwer? Das ist ja klar. Treten Sie ein, falls Sie es nicht tun. Links steht der Käfig. Kann doch eine Bärenfalle hinstellen. Unerwünschte Besucher bitte nach rechts. Zack. Nee, ich baue jetzt einen Tisch hin. So. Aber dazu brauche ich... Ach, du kämpfst schon wieder gegen den Piranha. Jetzt brauche ich jetzt erstmal zwölf Metall. Das ist ein Quart, das weiß ich selber. Wahrscheinlich passe ich gar nicht mehr in den Ausschnitt rein, weil ich dauernd rumrutsche. Und schauen, ob ich zwölf Metall herkriege. Was könnte man da noch hinstellen? Dani, kannst du mal Boxen bauen? Ja, ich habe aber den Subwoofer noch nicht gelernt. Was? Der Lautsprecher funktioniert. Aha. Ach so. Ah, Johannes. Geht aber schon mal schneller bei jedem Gehör. Scheiße, Mann, Dani, ich brauche Metall. Wie kriege ich denn Metall? Ich brauche Metallfelsen. Ist das ein Metallfelsen? Ich habe schon fast so viel, wie wir brauchen. Ich habe schon zwölf. Ich brauche zwölf Metall. Na, in Ernst jetzt? Ja. Denn hier hast du zwölf Metall. Wusste ich gar nicht. Ich meine, ich habe es ja gerade genkohlen. Ich habe genauso viel, wie wir brauchen. Ich lüge ja nicht. Oh, jetzt brauche ich noch Holz. Scheiße, das war mal wieder awesome. Nein, die Bäume sind zu weit weg. Wir brauchen Mammut oder sowas. Oder ein Fliegefiel, damit ich da hin und her fliegen kann. Wir brauchen ein Mammut, was wir einfach auf der überliegenden Insel aufstellen, weil das sieht nach sehr viel Holz aus. Das stimmt. Boah, ich frage mich ja nur noch, wie lange es dauert, bis man so Mods, wo es so Mods gibt, wo du so Tieren sagst, äh, ja. Hau mal bitte hier und hier. Wenn du sagst, move, bitch, get out of the way. Ganz genau das. Schau mal, ob ich einen Raptor oder einen Alligator finde. Alter, meine Ausdauer geht auch nicht runter. Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit? Ich könnte überall hin sprinten. Irgendwie nicht so der Sinn, der bei mir ist. Also meine Ausdauer geht runter. Bei mir geht nix runter. Geht dein Gewicht wenigstens hoch? Ja, das schon. Ja, bei mir auch. Fetter werde ich. Das kann einfach niemand verhindern. So, hier ist ein Raptor. Ja, das glaube ich auch. Bin mal gespannt, Digga. Aber der sieht sogar cool aus, orange-grün. Der will 24, nach Hauptdingen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, so. Einzige Phrase gibt's jetzt. Er wird weg. Was ist los mit dir? Will dich tamen? Du glaubst nicht, wir gehen. So, hoffentlich klappt das hier, so wie ich das will. Boah, das klappt tatsächlich. Ja, es klappt auch hier, mit dem Raptor. Hauptsache, wir haben noch nicht mal ein Dach, aber Schönbau. Baubau ist das Wichtigste. Ordentlich Holz verdreht. Dass wir auch in den warmen Zeiten gewappnet sind. Nein, es klappt doch nicht. Was denn? Es klappt nur so. Dann machen wir es eben so. Wir können eben nur drei Leute an unserem Tisch sitzen. Oh, Johannes. Das sieht doch schon wieder verbaut. Das rückt ja schon wieder raus. Oh, man kann sich da nicht hinsetzen. Na ja. Aber schön sieht's aus. Hast du super gemacht. Das ist doch die Hauptzahl. Scheiße. Du könntest auf die andere Seite ein Lagerfeuer bauen, ehrlich gesagt. Wir bauen doch keine Lagerfeuer in unser Haus, auf unserem Balkon. Du hast doch... Wer hat dir denn in die, in die, in die, in die, in die, in die... In die, in die, in die... Indiana Jones. Furniture? Achso. We're gonna give you up. We're gonna let you down. Ach, Dani. Der Raptor, der ja macht es. Vielleicht noch irgendwas. Was cool ist. Wie man kann. Mist, die Kacki. Das ist da falsch. Ich brauch Holz. Was plätschert hier? Hallo. Hallo, Parasaut. It's me. Was ist denn los mit dir? Hallo, von der anderen Seite. Wovon sinkt die eigentlich davon, dass sie im Fangwerk ist, oder was? Wir sind hier auf der Insel und zwar ganz alleine. Ja, du und dein trauriges Schicksal. Warte mal. Äh... End of the... Zeit. Dass sie... ...10.000 mal angerufen hat, auf jeden Fall. Ja, also, dass sie im Fangwerk funktioniert. Wir kennen jetzt die, die steht bei O2. Das ist wie ich, die hat einfach kein Empfang gerade. Kein, kein Telefon und so. So, ein richtiger Spider-Man. Spider-Man. Weißt du, dass Spider-Man in Civil War mitspielt? Beim neuen Event? Nein. Im Captain America-Film? Ich dachte... Ich hab gedacht, ich spinne, Alter. Echt jetzt? Haben sie es eigentlich geschafft? Heute hat Marvel, also Captain America oder Marvel-Seite, ich glaube Marvel-Seite war es, irgendwas dazu gepostet. Auf wen freut ihr euch am meisten? Ich schaue so drunter Spider-Man, meist like Spider-Man, Spider-Man, und schaue, ich dachte zuerst, das wäre ein Verarschen, ne? Also, ich hätte mir gut vorstellen können, dass das Verarschen ist, dass er nicht dabei ist. Und dann kommt es halt dabei ist. Und dann schaue ich so drunter die Kommentare, ja, ich auch, Alter, auch. Und ich dachte so, Alter, was? Nicht, weil er ernst, oder? Richtig krass, anscheinend ist der wirklich dabei, aber ein komplett neuer Schauspieler, was ich mit dem Scheißen bin. Also, ich bin, die hätten den, ich glaube, Andrew Garfield halt, oder? Ja, aber der gehört ja Sony, der Spider-Man. Ja, okay, aber auf jeden Fall ist es dann wahrscheinlich ein dritter neuer, das finde ich halt echt zum Kosten, dass er gut dabei ist, aber ein dritter neuer, der dann da mitspielt und anscheinend wirklich Spider-Man in... Weil die haben ja Spider-Man, haben sie nicht dabei, weil, glaube ich, Sony die Rechte an Spider-Man besitzt und nicht mehr Marvel. Also, ich weiß, dass die Rechte an X-Man, glaube ich, Fox oder sowas besitzt. Ja. Ja, Fantastic Four, glaube ich auch, oder so, ne? Ja, deswegen ist er auch so um die Hose gegangen. Da nicht brauchen meine Kisten. Oh, ihr müsst auch unbedingt in Deadpool gehen, Deadpool ist auch so lustig. Ja, der ist klasse. Mal wieder zusammenkommen? Ja. Ja, ne? Danke. So geil. Jo, ja. Das war echt... Das war witzig. Du hast natürlich mal wieder am lautesten gelacht. Na klar. Jeder hat den einen Freund, der im Kino am lautesten gelacht hat. Ja, ich hatte ihn auch dabei. Ja, Mann. Ne, war echt witzig, der Film. Hammer, Hammer. Marvel, Marvel macht nicht die Gutes Zeuge, der kann man nicht. Darko-Sattel mit dem meine M- So, Dala. Sieht ja schon mal ganz nett aus. Nein, tut's nicht. Doch, tut's. Hm. Frage zu viel. Oh, ich bin level up. Dann, ich brauche echt mal Kisten, ey. Ich habe zu viel Zeug dabei. Ich habe ungefähr 1000 Steine oder so. Die Frage ist natürlich, jetzt schafft der Raptor, der ist auf unserer Seite. Ach so. Wenn die Piranha so nur mich angreifen, ist alles gut. Aber wenn sie ihn angreifen... Vielleicht. Hast du ihn denn so gestellt, dass er sich nicht wehrt? Beziehungsweise dich beschützen soll? Das muss er sein, auf jeden Fall. Der Raptor. Wäre ja eigentlich die viel größere Katastrophe, wenn er sich dann einfach denkt, Mein Herr und Meister, ich muss ihn schützen. Ich hieß unser Raptor? Eisenklaue? Ne, sowas, oder? Starkklaue? Äh, Delta oder so'n Spaß, oder? Ach so, stimmt. Wir haben ihn ja nach den Jurassic World genannt, ja. Aber mach mal Raptor, was mit R. Rudi. Der Rudi, Alter. Das ist egal. Der Rudi. Rainer. Rudi. Rudi, der Raptor. Äh, wollen wir irgendwie so machen, dass ich ins Wasser gehe, du pfeilst, dann geht er zu dir und ich gehe mit dir an. Ja, Moment. Ich muss gerade gegen den Dilo kämpfen, ohne dass mich das besonders juckt. Okay. Wo bist du? Ich bin jetzt direkt auf der anderen Seite. Ah ja, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. So, ich stell den nochmal nochmal ein, dass er hier nicht alles anläuft. Sind aber gar keine Piranien da. Nö, ist dann gar keine Piranien da. Scheiße, scheiße, scheiße. Was denn? Ne, hier sind keine Piranien. Ein Wandtroll. Düdi-dü. Hallo. Dings. Aha, Rudi, der Raptor. Warum auch nicht? So, Rudi, Alter. Wir sollten eigentlich einen Raptor Eminem nennen, Alter. Das finde ich cool. Gut, wir machen, wenn wir mal einen weißen Raptor finden, dann nennen wir den Eminem, okay? Ja, Mann, das wäre geil. Alter, ein weißer Raptor, wie cool wäre das denn? So ein Albino. Oh, hier ist ein Piranien. Ein Hornsohn. Komm her, du Nute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017